Ich schlucht. Ach, saubbar laut noch mal. Ähm. Ach. Ah, meine Mom ist wieder da, wird mal ganz gut. Und tschüss, Marcel. Was? Hi, Kleine. Was wolltest du... Was wolltest du jetzt gerade sagen? Äh, nix. Wollte ich was sagen? Ich... Ich... Kann Flaschen saufen von Negermeister, ey. Ne, da schaffst du nicht, dass du lebst ihn nicht. Ich hab schon eine... Naja, das kommt immer auf die Größe der Flasche an. Große Flasche. Das kommt drauf an, wie man groß definiert. Es gibt noch eine Lose von Negermeister. Also ich meine nicht die 2 Liter oder 1 Liter, was es auch von Negermeister gibt. So ab und zu mal. Gibt es auch diese ganz großen Flaschen von Negermeister. Äh, die 1,7 Liter, meinst du? Ich weiß nicht, wie viel sind. 1,7 Liter. Wenn ich es denn sage. Nein. So, und wie komme ich jetzt aus dieser Scheiß wieder raus? Siehmals, siehmals. Achso, stimmt. In Minecraft kann man ja keine Blöcke abbauen und sie stapeln. War ja was. Wenn ich nichts dabei habe. Mach dir Gedanken. Warte bis ein Fisch kommt und lass dich töten. Ach, fick dich. Ich lasse da mein Eisen doch nicht rum. Wie war das noch? Wieso bring dich um? Bring dich um? Nee, das geht natürlich nicht. Zack. Toll. Ach, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich suche mir den Wasserfall aus, der genau in der Mitte aufhört. Wah, wah, wah. Ach, wollt ihr mich verarschen? Er führt keinen Wasserfall nach oben? Jopp. So. Hm, ich bin im Wasserfall und höre mitten in der Mitte auf. Ja. Solche Wasserfälle soll es geben. Ja, so wie es sich gehört. Das ist ganz natürlich. Denken sie sich auch manchmal Trolle. Ja, warum dürfen sie das auch nicht? Ich meine, nur weil sie Wasserfälle sind, ne? Also ich meine... Klingt nett, was da passiert. Sepp, komm mal, Sepp, komm mal, Sepp, komm mal. Wohin denn, wohin denn, wohin denn? Wohin wohl? Ja, was denn? Dein Arsch. Mein Held. Ja, ja, ja. Moin. Jetzt kommt der nächste Arsch. Hi, Arne. Wie ist das? Ach, Lukas. Hi, Lukas, nee, oder? Nee. Sag ich doch Arne. Nee, ich will jetzt sagen. Ach, nee, Arne, Arne. Wenn ich sage Arne, dann meine ich auch Arne. Ich frage, wo hat sich denn eine Aufnahme drin gepasst? Doch, bist du, wo du bist? Mitten drin. Mitten im Leben. Du bist dabei. Ja, also dann bitte wieder gehen. Ja, ja. Wir reden schon wieder nochmal, gell? Das ist so ein, so viel. Bis denn. Oh, ist es jetzt? Raus! Äh. Ah, gut, dann verschwindet halt wieder. Ja, verschwinde. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, siehst schick aus. Und hier hinten, dann machen wir noch dieses komische Essensding weg und setzen ein paar Bäumchen. Ich hasse Schnee. Ich nicht, ich mag Schnee. Und es regnet. Ja, das tut es wirklich. Ja, das tut es. Was denn? Wo sind die Campingstühle? Wo ist das Bier? Lasst uns in den Regen sitzen. Oh, weißt du, was wir hier machen, Aga? Was denn? Ein Teich. Eine Entspannungs-Lounge. Oh ja. Ich grabe schon mal. Eine Lounge. Eine Lounge. Schaufel. Ah, so weh. Ah, Schaufel. Ging, eine Diamant Schaufel. Nein. Schaufel, komm. Schaufel, komm. Schaufel, über die Schaufel, die Schaufel. Ich gehöre. Och nein, wollte mich verarschen. Was denn so richtig schön in so einem Film? Da ist Wald und da ist Re. Ich bin gemein, wusstest du das? Was trinkst du? Ich bin gemein, wusstest du das? Hä? Komm mal mit. Ja. Komm ins Haus. Ja. Keil. Was steht denn da? Nichts, nichts. Nichts relevantes. Guck dir einfach selber an, wenn du irgendwo mal hier bist. Dann Polio. Hör mal auf, hier rumzuknutschen. Ich will was kaufen. Nein, Mami, 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 Mami. Doch, echt? Hast du das noch? Du musst nur warten, bis das Lager wieder aufgefüllt ist. Okay, Erfahrungsflächen sind aus. Sie sind noch irgendwo Knochen, hat jemand Knochen? Knochen. Du war gerade beim halben Herz. Hast du Knochen? Ah, hast du Knochen? Knochen? Nein. Oh, zumal ich meine eigenen holen oder was? Scheiße. Ja, du musst halt die aus dem Arsch. Oh, warte mal, man hat, glaub ich, geschrieben. Ah, nee, Arne war's. Spam! Ah, nee, Arne war's. Der kommt übrigens mit zum Tänisches, die Konzepte. Schussbeifers, der Falle, ich freu mich so. Oh, ich freu mich so. Oh, ich freu mich so, ich freu mich so. Ah, um 13. in Berlin. August 13. Wo�alia kam an? Ja. So, Riesig, prepaid. Richtige. Frümsche brestig. Brustig. Ah, cool, wenigstens. Stade. Dings ist da geblieben ist was er in der Welt Prozent 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 mit der Alistair Prozent 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 Volker verfolgt er hat auch verfolgt so ein großer Baum also schwarze als er war so schwarze komische wesentlichen erler so ist es vermehrt geben ja ich habe die Kartoffeln in meinen Dings zu den Creeper gehalten weil einfach nur grün und so so wechseln hier kein Bäumchen Nein nicht zubauen da soll ein Teich hin Mann jetzt jetzt verschwinde ja Aachen ich im Handwerk der Erde Prozent 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 ihr seid so kindisch aber du auch ich sag nicht dass es was Schlimmes ist oder so nicht Morse Kaki der Abbau Parkes oder Schrauben es ist auf die Welt der Schaufel geben das kommt schnell hoch also kann auch gerne so weitermachen das ist meine Entspannungslounge bauen mein Park zack die Säden der die Wolle ich hab dich sicher das ist alles zugeboten der Betriebschaft der Gewerbe der Schraubel sich einigen geworfen ich glaube aber der Felix die ist weg es gibt es welchen Prüftung der ist okay aber wer für mann Schaufeln sind Felix hast du die Schaufel gestorben ich hab sie nicht Felix 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 das ist kein Kino-Feliz von den so komischen Hasen da Felix ist es nicht so ähm Felix Schaufel hergeben ja genau so hieß er Felix der Hase den Briefen mal aufgegeben hat zu den Briefen von Felix das ist ganz noch hey ne Güte so lange her natürlich nicht in dem Film drin hey der Lästiger sonst was Aaaaaaah mir schlägt er mich auch noch Los Baumwachsen mein Held lässt einen Weg frei Action man der größe Held in deiner Welt NEIN Wieso kann ich nicht über diesen F**king 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 Geh mit die Schaufel ist always Ich hab´ne Gravel Danke AaaaaUNG Oeeeeer OOOOH der Ne engra conn weiss ne Niklas doch mal bei doch mal anmerken wir sind nicht irgendwie radikal wir machen uns nur lustig weil es ist aber nicht unerlaubt schwarzer Humor ist immer gut Uaah jetzt kommt mir nicht mehr egal ich laufe da nur hier lang darf man als freier wo ist jetzt der Felix in ich weiß was ich mache was was willst du schon ich bereite da was mal vor er bereitet etwas vor ok hätten Marcel ja total Anschiss bekommen weil er so lange online war Marcel ah weil er seine Schwester eingesperrt hat doch jetzt ist mein was Windows Firewall ja war ja Zugriff zulassen du dummes Ding Welter ich bin mit die Firewall ich muss mich neu einstellen ja so ist die Firewall wartet mal ganz kurz ich bin gleich da wenn es wieder irgendwas beklopptes es ist immer etwas beklopptes so eine Freundin nee die ist nicht bekloppt ja war ja auch nur Scherz jetzt nee ich glaube der wird es wegen Essen hier ne achso boah ey der ist ein kack Regen jetzt sagen wir gehen doch mal Pelle damit er weg geht ja gute Idee ja jetzt nett ist nicht nacht aber ist nett ich glaube nicht durch den Regen erkennt man das ja eben ich guck mal fix aber ich glaube es müsste Tag sein ja es ist Tag das Dach da ist er wieder da ist er wieder mhm 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 so wir haben uns dazu gerade entschlossen schlafen zu gehen sobald nacht ist weil damit der Regen wegkommt mhm 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 toll zu streichen achso Gravel versteckt mich vor Arka Scheiße hat jemand Gravel äh nicht dabei verdammt weißt du weich ist in der Natur oder so kann ich mal nachgucken ähm musst du mal gucken und ich baue ich da unten und ich sag da unten oh Schneid so ich nehme natürlich den unkonventionellen Weg bam oh Gott alter zweieinhalb Herzen das darf nicht alles oft machen hier oh hier ist Gravel ich nehme mir mal dieses Zeugs hallo ach hier ist auch überall Gravel lol ich glaube das sollte einen Weg darstellen ne ne ach guck mal dein Ernst ist übrigens auch fertig ich hab grad mal reingeschaut noch nicht ganz doch so die ist fertig war gerade da ich will dann ne ich hab da gar nicht ich hab nur mal reingeschaut okay nein wie kommt man hier aus dieser scheiß Schlucht wieder raus oh mein Gott ja bis jetzt in meiner Schlucht und ja wie viele Schluchten haben wir denn noch keine Ahnung 50.722 ja das könnte so überstehen sorry Aga ich hab wieder mit deiner Tür gespielt mhm aha hm 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 Oh, warte mal, ich habe noch genau eine Liane, die werde ich genau hier hinsetzen. Aber zu diesem Mittelalterfestival, wo wir da vielleicht hin? Wohin? Zu diesem Mittelalterfestival, wo auch das Niveau spielt. Feuertanz. Finde ich ja ganz interessant. Oder Felgenstein, aber doch, die ist ja kein schlechter. Da könnte man auch vorhin drüber nachdenken. Das ist ein Felgenstein. Ja, ja, warte mal, Elowady spielt da, Feuerspann spielt da, das Niveau spielt da. Schon eh, lohnenswerter. Hört sich nicht schlecht an, ne? Ja, irgendwie nicht, ne? Oh, guck mal, Marcel ist wieder da. Oh mein Gott, auch das noch. Na toll. Mann, ich vergesse noch nacht. Hey, so bist du. Ach, guck mal, jetzt ist doch ganz schön hier. In deinem Arsch. Jummi. Was habt ihr gemacht? Das hat nicht laut Schild. Felix hat meine Schaufel geklaut, die ich uns selbst schenken wollte. Ah, ne schöne Schaufel. Ich hab's dir gerne genommen. Was? Oh, es regnet. Ja, wir wollen noch schlafen gehen, sobald es nachts wird. Nein. Ne, es ist mal geil, dass es regnet. Wieso? Nein, Regen ist scheiße. Mir geht's langsam auf Nerv. Ja, Mann. Mann, der hat ja schwer alles mit Steinen zugebaut, ey, ihr Trottel. Ich mach die Trottel. Leute, es sporen sogar Monster. Das ist ja doch nachts. Das ist gut. Was ist denn mit Felix? Der dreht durch. Der hat merkwürdig Anfänger nicht. Marcel, ich musst nur deine Rolle übernehmen, solange du nicht da warst. Also jetzt kannst du das wieder übernehmen. Hä? Ich hab mich doch heute normal verhalten, oder? Na ja, heute. Das ist schon heute. Das ist normal. Da geschießt ich auch ein Gestern, ein Vorgestern, ein Vorvorgestern und ein Zeug weitermachen. Ach, gestern, ja, Alter, nachts hier nicht, ey. War doch cool. Verzeih euch näher. Niemals verzeih ich euch das. Ja, die geilste Schlacht habt ihr versaut. Ich find sie geil, also, wie hat sie wahnsinnig Spaß gemacht. Oh, das hast du gemacht, wenn ihr angefangen habt, also, hmm. Also, ich hab damit nichts zu haben, habe ich geschmissen. Ja, ja, das hab ich ja unruppet. Das hast du dich schon töten, weil ich bin. Aber dafür, dass ihr die ihr rüttet habt, hat ihr trotzdem ganz schön schlecht. Naja, mein Gott, das ist wie das Ziel. Und hätten wir das da unten nicht gesprengt. Wie hat Spaß, das ist alles, worauf es ankommt. Ja, worauf es mir Spaß macht. Ja, und ich glaub den anderen. Ich hatte auch Spaß. Ja, siehst du, was ist denn das Problem? Wenn ich auf einmal alle mit dir Rüstung ankam, dann hatte ich nur noch, Miau. Ach, Miau hattest du da, alles klar. Miau. Miau. Dann hab ich nur noch gedacht, scheiße, ey, wie verteidigt du die scheiße. Ich glaub, ich geh immer ein bisschen Tropenholzklopfen. Und dann seh ich immer zu, hör ich in TS immer zu, Time Out. Ja, das ging auch am Anfang, weil Lukas raus ist immer die ganze Zeit. Ging mir auch so. Ja, bei uns sind drei Leute gefallen. Ach, Scheiße. Da waren wir, da waren wir in Unterzahl. Ihr habt uns in Unterzahl und mit Diamantristen. Ihr habt es ja auch einfacher gehabt, weil ihr eine riesen Festung hattet. Eine Stunde. Und? Ja. Warst du ja nichts zu sagen für die Zuschauer? Alter, wieso war ich nur so naiv? Ja, ihr kommt da eh nicht hoch. Ich gebe euch sogar anderthalb Stunden Zeit, Mama. Tja, ist mal krassend. Ja, da hätten wir sie gerade so wahrscheinlich. Naja, ich war 54 Minuten, aber ist meine Aufnahme lang. Ne, ihr habt es nicht geschafft. Ja, eine Stunde und fünf Minuten. Ne, also meine Aufnahme geht 54 Minuten und dann war es vor vier Minuten, wo wir nicht mal gekämpft hatten. Also, ich nehme mal an, fünf Minuten ungefähr waren es. Und meine Aufnahme geht eine Stunde und... Ja, weil du ja noch die Gespräche am Ende hattest und alles. Du hast ja viel aufgehört. Ich habe direkt aufgehört, als ich, äh, ja, als man halt uns gefreut hat. Na, ich aufgehört, damit nicht alle in den Test kommen oder so. Aber wir sind gute Gewinner, wir sind nicht ins feindliche TS gegangen. Ey, Loser. Ey, das mache ich auch nicht. Das halten sie immer an die anderen. Ne, ja, du nicht. Immerhin. Ja, das ist ein Thema für sich, den Kindergarten in meinem Team. Ich sage ja auch nicht, dass es schlimm ist. Dafür sind sie gut. Also, lasst mich. Ich sage ja auch nicht, dass es schlimm ist. Ich sage nur, dass wir es nicht gemacht haben. Was, Faradour verlieren wir ab, ich nicht, oh ja. Trottel. Ja, was denn, schafft man eh nicht. Das ist aber nicht so... Das drängen hier leider, kann man einfach nicht hochklädern. Deswegen sagt ihr, ich will es ja umändern, damit ihr da Chancen habt. Ich will denn eine Treppe hinbauen. Sonst ist es echt unfair. Na, weil die Treppe ist einfacher als eine Leiter hochzuklettern, oder? Ja, ich weiß, ich bin viel zu großzügig, ich weiß. Alter. Warte mal, ich kriege einen Anruf. Man hört es. Aus Stein oder aus Holz? Ja, wenn schon aus... Na, wenn dann schon aus Eis. Eis und Schnee. Ach so. Aus Eis und Schnee. Ja, genau. Ja, wann. Ah, ist nicht einfach ein paar Zähne. Ja. Ach, Felix hat es auch geliebt. Wo sie sehen, ich. Keine Ahnung. Ah ja. Gehst du jetzt essen, oder was? Hm. Ja, mach mal Aufnahmenstopp, sobald. Ne, mach mal Aufnahmenstopp. Ah, wir warten auch noch bis Ager weggezogen. Sie wollen ja auch weiter, oder? Ja, ne, wenn du nur was... Wir werden dann auch, wenn dann aufhören, oder? Und ich muss auch noch essen gehen, ich auch noch nicht gefunden, heute. Wollen wir dann noch was machen? Äh, ich dachte, Jambron? Äh, wir könnten auch was anderes machen. Ich hab noch mal... Nee, Jambron, haben wir nicht viele Folgen, wir werden es mal aufgenommen. Ach so, schön, ja. Du bist zunächst mal... Ja, warte mal, ich will noch den Baum fertig kloppen und zurückrennen, das ist das wenigste. Will dich hier im Dschungel rein. Ja, geh schon mal. So, jetzt wollte ich den Baum fertig haben. Ja, da hab ich jetzt erstmal ganz viel Tropenholz hier. Ist doch da was, ey? Weiß nicht, ich hab ja noch ne Runde läuft. Ähm, ich brauch ne Weile, ja. Ich muss erst noch was zu essen, kochen, dann essen. Dauert bei mir noch. So, wo bin ich jetzt zurück? Da nicht, da. Da hab ich wieder meinen Kopf drin. Ah, das ist erstmal auch nicht aufgenommen hier. Mal gucken, wie voll meine Festplatte schon wieder ist hier. So, renn ich noch zurück und dann machen wir auch einen Stopp. Und dann kümmere ich mich morgen mal mit der Adventure Map, das immer wegkommt. Jetzt willst du die Diamanten und das Gold und das Eisner, das ist mir wurscht. Gerne, Marcel. Ja, vielleicht mach ich doch so, dass ich einfach mal halte. Ja, ich würd schon sagen, das ist einfach schon wieder ähnlich. Ja, dann geh auch wirklich nicht hin. Und das ist da, dann mach ich mir nicht die extra Arbeit, aber dann lass es auch. Ja, ich will da eh nicht hin. Ganz im Ernst, wenn man das Crypt mine mit meiner Glücksdiama-Spezial hat, das ist keine Glücksdiama-Spezial. Aber da läuft es viel besser, ey. Ich hab so, ich war so ein Mega-Spezial hat drauf, ey. Da hab ich in der kurzen Zeit über zwei, sechs Diamanten fahrt. Naja, das geht schon auch nicht dann. Deswegen, ich arbeite auch auf eine Glücksdiama-Spezial hin oder Behutsamkeit oder so. Silk Touch ist nämlich auch nicht schlecht. Ja, aber ich will lieber Silk Touch, das ist eher für Baumaterial. Ja, das war auch nicht schlecht, weil wenn du beides hast, du Glück und noch Silk Touch. Dann hast du ja, ich... Geht aber nicht auf einer. Dann hast du so, ich... Geht aber nicht auf einer. Nee, sicher nicht, aber du kannst auch zwei Haken machen, oder? Ja, das ist sehr geil. So, gut, ich bin daheim. Dann viel Dank fürs Zuschauen. Und dann noch von Schwerden-Schwerden-Klünderung. Ja, da darf sich nicht mehr sterben, würde ich sagen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.